So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und das wird ein ziemlich interessanter Vlog für den einen oder anderen, weil es wird eine Videoantwort sein zu einem kleinen Video, das nennt sich Sailfish X auf dem Sony Xperia eine gute Alternative, Fragezeichen, Fragezeichen und das wurde vom YouTube-Kollegen Daniel Furmanek aufgenommen und ich möchte jetzt so ein bisschen auf ein paar Punkte eingehen. Zum einen natürlich die Zielgruppe, die du so ein bisschen erwähnt hast, da hast du ja irgendwie von Leuten erzählt, die sich wenig mit ihrem Smartphone beschäftigen wollen und so die Eltern- oder Großeltern-Generationen und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, da liegst du komplett falsch. Das ist im Grunde genommen ist das für Technik-Interessierte, für Technik-Freaks, die jenseits des Duopols von iOS und Android etwas suchen, was vielleicht so ein bisschen mehr Freiheit in Sachen Privatsphäre und so weiter bietet, wo ich auf meinem Android-Gerät, ich habe übrigens auch ein Blackberry KeyOne, wo ich da nicht einen Google-Account einrichten muss, Google meine Daten geben muss, um auf den Play-Service zuzugreifen und so weiter und so fort, wo die Daten mir gehören und ich die Kontrolle über die Daten habe, wo sie hinfließen und wo ich sie haben möchte. Für die Leute ist im Grunde genommen Safe-ICS gedacht, aber vielleicht auch für die Leute, die vielleicht nicht so sehr auf eine Java-Software stehen, die auf ihrem Gerät läuft, sondern die auf Qt stehen, die auf QML stehen, die auf einem richtigen Linux stehen, ein Wayland, was da läuft, ein System-D, ein ButterFS, ein Xt4, was auch immer. Also ein richtiges Linux, wo ich vielleicht auch ein X-Wayland drauflaufen lassen kann und vielleicht zur Not meine Desktop-Anwendung drauflaufen lassen kann und kompilieren kann. Oder wo ich mal in Terminal reingehen kann mit WeChat im IRC oder in Matrix rumchatten kann. Dafür ist Safe-ICS gedacht. Für diese Leute ist Safe-ICS gedacht. Für diese Leute ist Safe-ICS gemacht worden. Und von diesen Leuten ist das vor allen Dingen auch gemacht worden, die da Spaß dran haben, ein Linux auf einem Smartphone zu haben. Ein richtiges Linux, was sich nicht Android schimpft. Leute, die vielleicht aber auch mit Swipe-Gesten groß geworden sind, jetzt jenseits von iOS und dem neuen Android P, sondern vielleicht schon mit Web-OS groß geworden sind und den Swipe-Gesten dort und sich da angefreundet haben und für die das Nokia N9, der heilige Gral in Sachen Swipe-Gesten-Operating-System war. Für die Leute ist das vielleicht vor allen Dingen auch gedacht, die daran Spaß haben mit eben dieser Leichtigkeit des Swipens auf dem Xperia X, wo ich dann ganz einfach hin und her swipen kann. Und das Gerät ziemlich leicht dadurch bedienen sich lässt und weniger starr ich auf Knöpfe hauen muss, um dann bestimmte Sachen ausführen zu müssen. Klar, das gibt es hier immer noch, aber es fühlt sich einfach dieses Gefühl, diese Leichtigkeit, wenn man das mal längere Zeit benutzt hat und dann auf einem Android-Gerät geht, man fängt automatisch an zu swipen, weil es halt einfach so eingängig ist und so viel Spaß macht. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb wir jetzt auch iOS und auch Android eingesehen haben, dass man zumindest ein bisschen was an Sachen Swipe-Support einbauen möchte oder muss, eventuell auch, um modern zu erscheinen. So, weshalb das auch jetzt noch einmal ganz klar dahingeholtet, dass das für Enthusiasten gedacht ist, für Technik-Free, für Leute, für mich, vielleicht sogar auch für dich, das liegt einfach ganz einfach daran, auch die Installation, die hast du ja angesprochen, die ist nicht so einfach. Die ist also nicht für die Eltern oder Großeltern-Generation gedacht, sondern so für Leute wie mich, für dich, Technik-Freaks, Leute, die Spaß haben an Geräten, rumexperimentieren mit Geräten, ausprobieren wollen, neue Sachen lernen wollen und ein bisschen was vielleicht auch entwickeln wollen. Für solche Leute ist das Ganze gedacht. Es wird zwar jetzt auch mit Selfish OS 3.0, was jetzt in Q3 oder, sagen wir mal, Q4, also am Ende diesen Jahres rauskommen wird, wird es dann auch einen einfachen grafischen Installer geben, also dieses Windows-Installer-Ding, weiter, 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 okay, akzeptieren, weiter, okay, und dann wird es das Ganze installiert. Das wird es ebenfalls geben, da arbeitet man dran für das Xperia X und auch für das neue Xperia XR 2, was ja auch unterstützt wird oder unterstützt werden soll mit Selfish OS 3.0. Was ich nicht ganz begriffen habe, ist, wieso du enttäuscht bist von dem ganzen Selfish X. Das kann ich nicht so ein bisschen nachvollziehen. Deine Begründung war ja, weil die Hardware nicht komplett supportet wird. Da frage ich mich, hast du denn vorher nicht gelesen, dass da drin steht, die und die Sachen funktionieren noch nicht? Und wir arbeiten aber dran, die zu funktionieren, zu bringen, weil das ist ja ganz klar. Wenn da steht, ja, das ist eine Version, aber die und die Sachen funktionieren noch nicht. Natürlich ist es wie bei einer Linux-Version, da gibt es ja auch ein paar Sachen, Fehlerberichte oder Eratas nennen sich die Dinger, wenn man eine Linux-Distro runterlädt, steht da drunter, das sind die bekannten Fehler, die noch nicht gelöst sind, die werden wir in Zukunft lösen. Im Grunde genommen gibt es das für das Selfish X, wenn man das kauft, natürlich genauso. Es gibt natürlich auch eine freie Selfish X-Version oder sagen wir mal einen Community-Port, der ja dann ohne diesen ganzen proprietären Kram daherkommt, wo man das auch ausprobieren kann und wo man vielleicht ein bisschen was eingeschränkter ist, weil es keinen Android-Support dann gibt, aber wo man hätte auch das Ganze ausprobieren können, wenn man sich nur für die Technik interessiert. Trotzdem, du kriegst jetzt natürlich mit Selfish X-S22 zum Beispiel den Fingerabdruck-Scanner-Support. Der kommt mit Selfish X-S22, da hast du die Möglichkeit Passwort oder den PIN-Code abzulösen. Es gibt natürlich auch neben dem PIN-Code, du hast ja erwähnt, es gibt nur einen PIN-Code, es gibt auch ein Mace-Lock oder so, also dieses Muster-Erkennungs-Gedönse, was man auch bei Android irgendwie gibt, das kann man sich auch nachinstallieren. Findet man nicht im offiziellen Store, sondern da gibt es einen alternativen Store, das ist der Open-Repo-Store und dort gibt es auch experimentellere, freudigere Sachen, die im Grunde genommen auch nochmal widerspiegeln, dass das Ganze für Enthusiasten ist, für Technikreaks, für Entwickler ist, die einfach Sachen ausprobieren wollen, die zum Beispiel ihre Smartwatch, eine App schreiben, damit ihre Smartwatch mit dem Smartphone interagieren kann. Solche Leute ist das im Grunde genommen gedacht, für die, die auch kontrollieren wollen, was die Smartwatch über einen dann preisgibt, die dann nicht die Daten vielleicht an den chinesischen Hersteller senden wollen, so dass das Ganze auf einer World Map dann aufpingt. Der hat jetzt gerade hier, was weiß ich, 20 Kilometer ist er gelaufen oder so. Ja, dann die Wischgesten-Bedienung. Pro-Tipp von mir, ich habe den Fehler auch gemacht, wenn man gerade so eine Präsentation macht, neigt man dazu, das Gerät vielleicht flach auf den Tisch zu legen und dann mit den Wischgesten, das, ne, das funktioniert nicht so richtig, das hast du ja auch gemerkt bei dem Video, dass es Probleme macht, nimmt man das Gerät tatsächlich so in die Hand, ist die Bedienung mit den Wischgesten, ich kann ja mal hier reingehen in der App und jetzt habe ich hier die, minimiert die App, ich habe jetzt hier die Seite gewechselt und wieder zurück. Also das geht alles ohne Probleme. Also Pro-Tipp von mir ist wirklich, Wischgesten-Bedienung funktioniert, wenn man das Gerät auch wirklich in die Hand nimmt, wenn man es auf den Boden, auf den Tisch legt, funktioniert es nicht so gut. Und anderes Problem ist, eventuell, es hat jetzt ganz dünne Ränder, das Sony Xperia X, im Vergleich dazu, zum Beispiel das Motorola X2, das hat etwas dickere Ränder, da gehen die Wischgesten, gerade die seitlichen Wischgesten, eventuell etwas einfacher von der Hand, kommt natürlich immer auf das Gerät an. Aber die Wischgesten funktionieren, also bei mir ohne Probleme, nach einer ein bisschen Einarbeitungszeit natürlich, das hat man so ein bisschen. Schnelles Wechseln zwischen Anwendungen als Wischgeste, das wird auch kommen, das wurde auf dem MWC gezeigt, ich kann das ja auch mal einblenden, wie das aussieht. Das funktioniert aktuell, oder das, was auf dem MWC gezeigt worden ist, zwischen zwei Anwendungen, also so quasi alt-Tab-mäßig. Aber das soll jetzt mit Version 3 eventuell sogar erweitert werden, da gab es ein paar Vorschläge, wie man dann eventuell, während man wegwischt, quasi wenn ich hier von der Seite wegwische und wenn ich von der Seite wegwische, soll ich dann hier mit dem Daumen oder dem Finger auswählen können, welche App ich dann tatsächlich, zu welcher App ich dann schnell wechseln möchte. Das soll auch funktionieren. In Zukunft mit Selfish S3 können wir da auf jeden Fall eine Verbesserung erwarten. Und die Wischgeste zum Einstellen der Schnelleinstellung, das befindet sich jetzt im Events View, und da kann ich runter und dann mein WLAN oder Bluetooth an- und ausmachen. Das wird es in Zukunft, da gibt es auch ein Video zu, für Selfish S3 wird es das global geben, sodass man das anstatt dem Ambience-Menü, was man von oben jetzt runterwischen kann, dann komplett haben wird, auch mit den Schnelleinstellungen dort. Das ist also eine gute Sache. Fingerabdruckscanner habe ich schon erwähnt, Schnelleinstellungen habe ich erwähnt, YolaStore, OpenRepos habe ich erwähnt als Alternative. Da gibt es eine App für, die nennt sich StoreMan, die kann man installieren, von OpenRepos runterladen. Man muss vorher sagen, okay, ich möchte jetzt die Apps von unbekannter Quelle installieren und dann kann man mit dem StoreMan als Store-Anwendung dann auch von OpenRepos-Programme runterladen. YolaStore allgemein hat über 1000 Apps. Ich finde, von der Qualität her gehen die Apps in Ordnung. Das schwankt natürlich je nach App. Also wenn es eine kleine App ist, wie beispielsweise die App, die ich geschrieben habe, um einfache Notizen zu machen, es funktioniert halt, aber es hat halt irgendwie keinen Sync-Support mit OwnCloud oder Nextcloud oder was auch immer, was sich vielleicht Leute gewünscht haben. Das heißt, da gibt es, aber es funktioniert halt. Es ist eine App, die funktionieren ja, To-Do-Listen und so machen. Aber wenn man halt eine App hat, um normalen Text in Leadspeak zu wandeln, da ist natürlich, aber es gibt keine Werbung in den Apps. Das ist eine wichtige Sache, weil bei Android nerve ich mich jedes Mal oder erwische ich mich jedes Mal, wenn ich dann eine App runterlade, auch vom Play Store, dass da manchmal hier ein Balken ist, da unten ein Balken und hier so ein bisschen Content nur von der eigentlichen App und der Rest einfach in Werbung gehüllt ist. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Klar, es gibt natürlich auch Bezahl-Apps, das gibt es im Yola-Store nicht. Aber es ist, sagen wir mal, die Quantität bei Android ist viel größer, die Qualität nicht immer unbedingt. Natürlich fehlen die großen Apps im Yola-Store, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Die fehlen eventuell so ein bisschen. Aber es ist auch nicht für die Zielgruppe gedacht. Es ist ja die Zielgruppe, die die Privatsphäre in die eigenen Hände nehmen möchte, die wegkommen wollen von Google, von Amazon, von Facebook, von Twitter und Co. Die wollen halt eben nicht alle ihre Daten da teilen. Deshalb, klar, gibt es diese großen Apps auch nicht und werden wahrscheinlich auch nicht in den Yola-Store kommen, halt so schnell. Wie gesagt, Open Redbus habe ich angesprochen, eine gute Quelle. Ansonsten keine Werbung in den Apps. Die Apps sind kleiner, weniger zum Runterladen. Bei uns vielleicht nicht so ein großes Problem, aber in anderen Ländern eventuell. Es gibt weniger Mist allgemein im Yola-Store, das muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt noch im Schnelldurchlauf. Google Maps läuft auch ohne Play-Services. Da gibt es eine ältere Version, die läuft ohne Play-Services. Die funktioniert genauso gut wie die anderen, weil sie das Kartenmaterial runterlädt, also online. Und es gibt natürlich auch gehackte Versionen oder crackte Versionen, die ohne Play-Services laufen. Und manchmal kann man die Play-Services einfach wegklicken und es funktioniert trotzdem. Zur Kamera, da hast du gesagt, du hast nicht verstanden, warum die so schlechte Qualität macht. Kann ich ganz einfach erklären. Sony benutzt auf seiner Android-Version, auf seiner offiziellen Android-Version des Xperia X, einfach einen anderen Treiber, der so geschlossen ist und mit Patenten behaftet ist, dass er nicht weiter genutzt werden kann. Der wird einfach gelöscht. Wenn man hier was Eigenes drauf installiert, das gilt auch für das Sony Open-Device-Programm, worauf ja Selfish S aufsetzt. Also wenn man sich in Android AOSP drauf installiert, hat man den gleichen Kameratreiber mit den gleichen Schwierigkeiten in dunklen Lichtsituationen. Es wird jetzt mit der Version 2.2 ein Update für das Autofokus-Problem geben, was ich ja auch schon in meinen Videos angesprochen habe. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, kannst du auf jeden Fall, oder wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, könnt ihr drauf anklicken. Ansonsten zu Apps möchte ich nur sagen, Selfish S App-Podcast von mir, Selfish S. Playliste, kann man nachschauen, was es für Apps gibt. Da gibt es einige Empfehlungen, was das angeht. Webbrowser ist ein alter Firefox, der funktioniert bei mir recht gut. Ich kann ja mal den Webbrowser öffnen und würde mal sagen, das mit dem Ruckeln ist vielleicht eine subjektive Geschichte. Ich sage mal, sind 80, über 80, 90 Prozent der Fälle läuft das ohne Probleme. Ich habe jetzt hier mal einen Spiegelartikel offen, mit auch Bildern irgendwo weiter unten. Ihr seht, das ruckelt also nicht ohne Probleme. Ich habe jetzt auch hier 80 Tabs offen, also ist kein Ruckeln zu erkennen, funktioniert recht gut. Ansonsten Alternative, gerade wenn man Web-Apps erstellen möchte, ist Webcat. Das ist mein eigener Browser, gibt es im Jolla-Store oder gibt es auch auf OpenRepos zum Runterladen. Dort kann man durch das Länger gedrückt halten auf die Favoriten-Taste, dann auf den Favoriten-Stern, dann eine Web-App aus dem, also kann man ein Desktop-Symbol anlegen, quasi oder einen Home-Launcher anlegen für diese Webseite. So, das war es jetzt für dieses kleine Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden und Kommentare unten hinterlassen und ansonsten liken und bis zum nächsten Mal. Ciao!